Hier mal wieder das Clipping. Ja, nochmal. Und hier wieder das... Clipping! Clipping! Hallo! Und hier wieder zum... Ne, hallo und hier wieder zum Clipping ist komisch. Hallo! Hallo! Ich komm von unten mit der Schraube. Okay. Sieht man mich? Ja. Immer noch? Ja. Wie weit muss ich runtergehen? Hui! Das wäre aber... verbotene Liebe. Herzlich willkommen zu einer neuen Woche vom Clipping. Ne, zu einer neuen... Ach kack, das fängt ja schon gut an. Ah! Ist ja eigentlich nicht so schwer. Scheiße. In den... Fängt schon gut an. In der nächsten Woche... In der nächsten Woche... In der nächsten Woche... Ja. In der nächsten Woche... Buhlen bei verbotenen Liebe alle um Aufmerksamkeit. Einige haben sie, andere erzwingen sie und wieder andere... Ich dachte, du musst lächeln. Entschuldigung. In der nächsten... Ja, das muss lächeln. In der nächsten Woche... Buhlen bei verbotenen... Alle um Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit. Also... Entschuldigung. Ich musste kurz nachdenken. Ja, ich hab's gemerkt. So, komm... Tja, vielleicht habt ihr schon gemerkt. Das Thema für das heutige Clicking... Clicking? Clicking? Nee. Clipping. Scheiße. Clipping. Quatsch. Was sag ich denn jetzt? Quatsch. Ähm... Ja. Okay, den machen wir nochmal, oder? Da war noch was. Da war noch was. Ich dachte, jetzt sagst du doch Danke. Ahhhh. Bleibt noch. Ist jetzt ein bisschen... Peinlich? Äh... Tanja kommt aus Dubai zurück. Jetzt wird so... Thomas den Schock immer noch nicht verkraftet. Über den Tod seiner Frau suchte nach einer Schuldigen und trifft dabei. Was denn? War doch noch gut die Kurve gekriegt. Mann. Ki. Was los ist? Na ja. Schaltet doch einfach ein, dann... Mann. Was los ist? Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Jetzt aber volle Aufmerksamkeit. Es... Ja, dann mach den Ausstatt ein bisschen klein. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Na ja. Goethe. Ein österreichischer Komponist… Ähm. Ne. Nochmal. Nochmal. Ich mach einfach nochmal. Okay. Das hat mich selbst verwirrt. Ja? Bist du weit? Ne. Okay. Ihr seht, es wird nicht langweilig für euch. Lügen, lange Nasen und lange Geschichten. Was das neue Dreamteam Sebastian und Ansgar so im Schilder führt, das will wohl nicht nur ich wissen. Will wohl das Scheiße. Komm nochmal. Nicht wahr, Marlene? Das war auch Scheiße. Geht es da noch weiter? Ach verdammt. Natürlich. Was ich noch sagen wollte. Scheiße. Oh Gott, ist das peinlich. Ast rein. Ist das ein Text? Ja. Ach. 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 Ach.